Was soll ich mit Christina machen? Christina hört überhaupt nicht zu, wenn man sich mit dir unterhält. Nee. Nee, die... So Leute, die von sich erzählen, die hören überhaupt nicht hin, was die andere sagen. Das ist ja so. Das ist aber so. Ich höre auch nicht zu. Aber ich höre nicht zu, die macht das. Guck mal. Und du bist sicher, du hast keinen Nagelpilz? Nee, das siehst du ja auch. An dem kleinen Nagel. Ich kann schon mal aufgehen, der bleibt nur... Der kleine? Nee, du musst mal den kleinen untersuchen lassen. Von dem... Imhofen heißt der. Ja. Ja, der hat mir das damals auch geschnitten. Ach, das war der? Ja. Ja, die kleinen Nägel sind, glaube ich, am Filz. Würde ich mal behandeln lassen. Ja, ich kann das auch geschnitten haben. Nee.